Guten Morgen! Heute ist Sonntag, der 17. Februar. Ich bin in Sevilla und heute ist Race Day. Ja, wir sind an unserer Herberge. Es ist morgens 6.50 Uhr. Jetzt zeige ich euch erstmal die Herberge. So, wir sind in einem Apartmenthotel, was die besten Jahre schon hinter sich hat. Hier ist eine Mikrowelle, die aber so scheiße angebracht ist, dass die gar nicht passt. Wir haben ein Herz zum Kaffeekochen, aber keinen Topf dabei. Es ist kein Wasserkocher hier. Wir haben auch keinen Kaffeebecher, sondern es gibt hier zwei Gläser. Auf die Frage, ob die gerne heißen Kaffee aus Gläser trinken, kam gestern die Antwort, nee, ich trinke gar keinen Kaffee. Och, es ist alles wieder toll. Dann haben wir hier eine Pfanne, aber nicht zum Pfannesaubermachen. Zwei Einzelbetten, oh, das ist alles hier. Aber was will man erwarten, wenn man so kurzfristig bucht und nur noch das kriegt, was bei Booking.com übrig bleibt. Naja, das hat die besten Jahre mal hinter sich. Na gut, auf jeden Fall, heute ist Lauftag, Race Day. Ich habe mich entschieden, natürlich anzutreten. Ich fühle mich auch ganz gut. Manchmal hüstele ich noch ein bisschen. Aber wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Aber im Moment denke ich schon wieder, eigentlich, warum mache ich das? Aber, ähm, naja, wenn es nicht klappt, dann veröffentliche ich ja auch nicht. Haha, kriegt ja keiner mit. Außer, naja, egal. Gut. Susann, wie geht's dir? Gut. Race Day. Begeisterung. Wir gucken mal, was uns da gleich erwartet. Wir haben uns ein Taxi bestellt. Und das sollte uns 20 Minuten, ne? Ja, 10 nach. 10 nach. 20 Minuten, dann haben wir noch Zeit. Und dann gucken wir mal. Ja, Stadt ist toll. Haben wir gestern uns angeguckt. Und ich fühle mich wie kurz vor einer Hinrichtung. Aber das fühle ich mich ja jedes Mal. So, Marathon Nummer 13 wird jetzt heute besuchen. Guten Tag. Das geht mir selber. Servus, grüßi, hallo und moin moin. Mein Name ist Burkhard Kadu. Ich bin der HAJ Hannover Marathonbotschafter 2019. Heute melde ich mich in meinem Laufblog. 1000 Kilometer bis zum Marathon aus Sevilla. Anderle. Haha. Ja. 14.000 Teilnehmer. Und wir warten alle gemeinsam darauf, hier in Andalusien zum diesjährigen Marathon zu starten. 42,195 Kilometer. Hochmotiviert, frisch. Meine Tochter ist auch voll dabei. Ja. Man darf uns nicht ansprechen vor dem Lauf. Ja, ich versuche heute meinen 13. Marathon zu finishen. Quasi 1000 Kilometer bis zum Marathon. Ist ja mein Motto. Bis zum 7. April für den Hannover Marathon. 500, ungefähr 500 Kilometer habe ich trainingsmäßig mit der Kamera begleitet. Jetzt sind wir weit über 1000 Kilometer von zu Hause weg. Also eigentlich Ziel erreicht. Naja, nicht ganz. Und 42 Kilometer möchte ich heute durch diese wunderschöne Stadt laufen. Bis gestern wusste ich noch gar nicht, trete ich überhaupt an oder trete ich nicht an, denn war ein bisschen grippig die Tage. Wir gucken mal. Wir starten und wir steigen aus, wenn es uns nicht gut geht. Dabei sein ist alles. Und ich halte die Hannoveraner HAJ Hannover Marathon Flagge ganz hoch. Und versuche mich gleich nochmal von der Strecke ein paar Mal zu melden. Also, wir hoffen, dass wir ganz viel Spaß haben. Vor allen Dingen, dass wir gesund ankommen. Und ich glaube, gute Laune und tolle Aussichten sind uns heute hier vorprogrammiert. Alles Gute, wir melden uns von der Stadt. Stadt, Fläche 8, Quatsch, von der Strecke nochmal. Bis dann, tschüss. So viele Grüße noch kurz vor dem Start. Und neben mir ist John from England and his YouTube-Tanal Ron with Ron was on YouTube. Perfect. Aha. And now I will subscribe him. And I will subscribe him. And I will talk in your camera. Okay. Which part of England are you from? London. From London. Ah, we'll see you on London Marathon again. I hope so. But I didn't get a ticket yet. Okay. Good luck for you. And now I'm changing the channel. So, let's go. And now we're going to get a ticket. We're going to get out of here. We're standing in position. And now we're going to get out of here. We're going to get out of here. Yeah, we're going to get out of here. I'm going to get out of here. Go, go! Oh, we are on! You are watching me on Mega TV! Fireball! Hi, Fireball! How big you are, guys! Come on, baby! So, I'm on the road. Now we're looking for 4, 5, 6 hours. Nothing else to do than running. Okay. So you can bring your Sunday also. We'll see, we'll see how it's going. Okay, bis dann schon. So, Susanne hat sich den Pacemake an 4,30m angeschlossen. Die haben uns sehr früh getrennt, damit sie ihre Zeiten machen kann. Ich brauche jetzt wieder meine 5-7km, um mich erstmal mit meinem Schicksal abzufinden. Mir geht's besser als beim Start in Venedig im November. bis jetzt. Ich habe natürlich auch ein bisschen Respekt und Angst. Aber das habe ich immer. Also, nach 10km muss ich mal sehen, wie es mir geht. Servus! Aber Susanne ist drauf. Wir gucken. Und, äh, bis jetzt, der erste Kilometer ist gleich rum bis jetzt. Jetzt haben wir alles gut geschafft. Muss gerade so weitergehen. Schau, schau. Ich melde mich mal wieder von der Strecke, weil mein Ding überhaupt an ist hier. So, Kilometer 5 fahren wir durch. Heinrich hat mich angesprochen. Heinrich, moin moin. Moin, grüß dich. Wie heißt du nochmal? Ich heiße Burkhard. Burkhard, grüß dich. Du kommst aus? Coesfeld beim Münster. Das ist an allen dein Begriff. So, dann denkt man immer, ne? Man hat schon viele, dann wieviel da? Mein 46. Marathon heute. 46. Marathon, jawoll. Ich laufe seit 30 Jahren. Und hab gedacht, ich mach mal eine Woche Kultur und guck mir die Stadt laufend an hier. Und so lernt man sich denn kennen, ne? Genau. Letztes Jahr waren 100 hier. Ich glaube 14.000 Läufer haben wir hier. Genau. Letztes Jahr waren nur 9.000 Finishern. Oh. Oh, das ist keine gute Prognose. Nein. Ja, das mag aber auch an den Leuten liegen, die mit Engagement sich melden. Ich war grippig. Ja, gut. Gut. Wir schaffen das. Ja, ich schaff das. Wir schaffen das. Okay. Ich schalte mal wieder ab und Servus, Grüß dich. Bis dann. Wir melden uns bei 10 Kilometer 10 wieder. Komm. Los, los, los. No, no, no. Cuidado, Carro Carro Carro. Gracias. Oh, qué bien. Say something about the German. Animo. What's the name of your son? Pablo? Él es Pablo. Pablo. Pablo? Pablo? Dile. Hola, Pablo! Hola. Chiii. What's your name? Wilkart. Wilkart. In der Sendung von Raoul waren die beiden auch zu sehen. Er läuft mit seinem Sohn hier jedes Jahr durch. Schöne Nummer. The Marathon Man of Planet war eine ganz klasse Sendung. Da ging es auch um den Sevilla Marathon. Großartig. Servus, Grüezi, hallo und moin moin. Hier ist Burkhard Huber-Kadu, der HAJ Hannover Marathonbotschafter. Live from Sevilla Marathon 2019. Ich passiere jetzt Kilometer 17. Und habe mich gerade dazu entschlossen, da ich ja schlecht trainiert war, grippig war. Dass ich jetzt gleich beim Halbmarathon aussteigen werde. Und Vernunftentscheidungen muss man manchmal fällen. Und insofern ist es so schön. Aber ich merke, ich finde den Anschluss nicht mehr. Und nach Kilometer 16, ja, habe ich keine Kraft mehr gekriegt. Ich kam nicht mehr in Gang. Und darum muss man mal vernünftig sein. Wir genießen das und steigen erstmal aus. Und das wird erstmal mein ganz normaler Tageslaufblock hier, den ich gleich als erstes hochlade. So. Ich melde mich dann in meinem Gesamtvideo nochmal zu Wort. Kilometer 17, 18, 19, 20, also vier Kilometer noch. Die werden wir wohl hoffentlich schaffen. Ja, sonst, Sevilla, klasse. Tolle Stimmung. Und ich wünsche, dass die Sand gut durchkommt. Nicht fit ist halt nicht fit, ne? Gut. Aber ihr seht hier, die haben mich schon alle abgehängt. Wie lange bin ich jetzt unterwegs? Vier Kilometer gleich abgehakt zu haben. Dass ich wenigstens sagen kann, Sevilla halb, habe ich dann gerockt. Okay. You have to become number one. Hey. You are the best. Ja, ha, ha, ha. Go, 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 go. You want to take some film with me? Okay, I love it. I love it. Okay, wait a minute. Yes. Okay. Okay. No, let's go. Okay. Okay, Kadju. And Sevilla, we are, there are a lot of people running in Sevilla today. And Kadju is among them. Dude. Raise. Raise, raise, raise and running. Thank you. I love it. Ach, tut mir jetzt natürlich irgendwie ein bisschen in der Seele weh, das zu sehen, aber guck mal, jetzt habe ich eine Abkürzung gemacht, weil ich auf dem Weg bin, meine Sachen zu holen. Ich bin ja nach Halbmarathon ausgestiegen und komisch, bei mir war alles leer, ich war immer am Ende und jetzt stoße ich hier wieder auf die Hauptstrecke. Ja, aber Vernunft ist manchmal besser. Ich war ja wirklich grippig und alles und das ist, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Wenn ich das jetzt so sehe, dann oh, aber ist schon schön anzugucken. Und jetzt kann ich erstmal nicht an mich denken, weil brauche ich ja nicht mehr, ich bin ja raus, jetzt mache ich mir viel mehr Sorgen um meine Tochter. So, mache ich ja sonst auch nicht, weil dann bin ich ja selber am Kämpfen und hoffe, dass sie gesund gut durchkommt. So, erstmal hier eine Bar einführen. Cola, Kaffee, Brötchen. Da haut es mich doch mal weg hier. Jetzt bin ich hier einfach mal irgendwo eingekehrt, schnell mich aufzuckern. So, meine zweite Cola, ein wunderbares Brötchen mit Schinken und einen Kaffee mit Milch. Fünf Euro. Hey, das ist ja mal richtig günstig hier, fernab der Touristenpfade. Richtig tolle Nummer, das kriegst du ja in Deutschland nicht mehr für das Geld. Überall sind wir bis jetzt so abgezockt worden. Hier ist aber mal richtig amtlich, Mensch. Das ist ja eins, zwei, drei, vier, ein Euro zwanzig pro Teil. Das ist echt mal ein Tipp. Also hat auch gute Seiten, aber ich muss jetzt unbedingt was essen. Wow. Wow. Wiederglauben. Come on, put your hands up in here. Come on, guys. Wir machen einen Ausdruck hier mit dem Publikum, die wir noch haben. Ich habe in meinem Leben gehabt, in einem Radon. Ich bin in einem Radon, aber in einer anderen Weise. Werden wir, Leute. Por ihr Vater. Por ihr Vater. Excelente. A ver, Publikum. Publikum von einem Ort. Wir machen die Musik. Wir machen die Musik. Wir machen ein Ausdruck. Wir machen die Musik. Frau und Frau. Korrer in Sevilla es una. Wir sind in der Aeroepuerte. Wir sind nicht in der Runde. Wir sind in der Runde. Korrer in Sevilla es una. Korrer in Sevilla es una. Korrer in Sevilla es una. Das war doch nochmal schön. Halt Marathon. Halt Marathon. Ui, ui, ui. Aber das reicht auch. Danke. Okay. Wienet Televisión desde Sevilla. Mandamos un saludo a los Race Bookers. Race Bookers. Race Bookers around the world. Come here and visit us and run our marathon. And the station like it is. And our station is Wienet Televisión. Regards from Sevilla, Spain. Thank you. Thank you. So, hier ist nochmal Burkhard Huber Kadu, der HAJ Hannover Marathon Botschafter. Quasi live aus Sevilla. Und das ist der erste Marathon, den ich dieses Jahr gelaufen bin. Wobei es bei mir nur beim Halbmarathon geblieben ist. Aber ganz egal, ob ihr 10 Kilometer Halbmarathon oder Marathon lauft. Jeder ist ein Gewinner. Hauptsache ihr lauft. Und so hoffe ich doch euch alle auch am 7. April in Hannover zu sehen bei unserem Marathon, wo wir auf verschiedenen Distanzen antreten können. Hier war heute nur die Marathon-Distanz. 42,195 Kilometer angeboten. Ca. 14.000 Starter sind an den Start gegangen. Ich musste aus gesundheitlichen Gründen bei Halbmarathon abbrechen. Hab aber denn, bis ich hier war, quasi auch meine 30 Kilometer in den Beinen. Oder, naja. Egal. Wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Und es macht unheimlich Spaß. Tolle Atmosphäre. Schade, dass ich nicht ganz gelaufen bin. Aber ist doch schon mal was. Und ihr könnt es auch. Wir sehen uns in Hannover am 7. April. Okay. Und jetzt warte ich, dass meine Tochter gesund und munter ins Ziel einkommt. Und einen Vorteil hat das ja. Wenn man mal zwischendurch aussteigt, dann ist man viel schneller am Ziel. Und erlebt, wie es ist, wenn die Masse einläuft. Immer wenn ich komme, dann ist immer schon ruhig. Die Versorgungsstände sind alle schon leer. Und insofern genieße ich mal hier in vollen Zügen die Partystimmung. Ich habe eben nett gegessen. Habe mir noch einen Kaffee geholt. Ein total nettes Brötchen gegessen. Und jetzt bin ich entspannt. Sonst bin ich ja immer ziemlich durch den Wind, wenn ich ankomme. Und es sind immer nur die Reste der Gäste. Also, noch ein paar Eindrücke. Wir sehen uns in Hannover beim diesjährigen HAJ Hannover Marathon am 7. April. Und ja, meine Abonnenten, meine Zuschauer. Wir sehen uns in vier Wochen beim Jerusalem Marathon. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Yeah. Da 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 da. Wow.